Ah, Leute! Was geht heute? Das ist doch was, Leute! Jetzt ist das schon im Hintergrund, Leute. Heute wird Angriff, Leute. Ich drücke kein Auge mehr zu. Ich muss direkt mein besseres Schwert nehmen, hier schon mal ein bisschen Rüstung anziehen, Leute. Nicht, dass die gleich im Kampf kaputt geht. Jetzt wird es hier Veränderung geben, Leute. Ich werde heute das erste Herz abziehen. Ich werde alles dafür geben, Leute, dass ich das schaffe. Ich habe hier gerade ein Crymax und Army erwischt, Leute. Ich habe die gerade ein bisschen abgecampt. Weil ich weiß, dass wir hier sind, Leute. Wir können warten, bis Max alleine ist. Und dann greifen wir den an, Leute. Wir sind noch nah am Wasser, Leute. Im Notfall könnten wir noch alles schaffen, Leute. Ich habe genug Ender-Pellen. Ich muss alles Wichtige ausrüsten. Ein Schild ausrüsten. Ein Bogen ist fast kaputt. Vielleicht lege ich mir schnell einen zweiten Bogen rein oder so. So, den habe ich. Wir haben 27 Goldöpfe, Leute. Es kann eigentlich nichts schief gehen, Leute. Es kann nichts schief gehen. Ich glaube, ich nehme erst mal noch das Schärfe 5-Schild, bis es kaputt geht. Leute, ich versuche, mich da ein bisschen ranzutasten, Leute. Ich springe... Boah, da hätte ich gerade hingeguckt. So, jetzt ganz vorsichtig hier rüber. Leute, ich höre mal zu, was die gerade erzählen. Nein, alleine eine andere Anfrage. Was, Reni? Ja, das könnte gerade so ein ganz seltener Moment sein, wo wir den alleine packen können. Hä? Die reden gerade über mich oder was? Okay. Warte mal. Wir haben eine Bedingung. Ja. Warte. Wir werden noch mit Ryan in your wife reden und du wirst den Diamanten zurückerstatten. Hä? Warte mal. Wen wollen die alleine angreifen? Wen wollen die alleine angreifen? Mich oder was? Das werden die niemals schaffen, Leute. Das werden die niemals schaffen. Das werden die niemals schaffen, Leute. Alp, wie hat Alp gesagt? Okay, das ist eine gute Idee. Hä? Und weißt du was? Ich habe auch schon eine Idee, wie wir uns den schnappen können. Warte, ich höre zu. Wo warst du das? Nein, er hat mein Video gesehen. Er hat mein Video gesehen, Leute. Okay, okay. Ich höre alles. Warte, 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 warte. Habe ich nicht gesehen. Ich habe Ryan in alle meine Goldäpfel gegeben. Warte mal. Warte mal, Leute. Oh, die haben nur 13 Goldäpfel, Leute. Das muss ich mir merken. Ja. Mich kann ich nicht besiegen. Wenn wir zu zweit auf ihn gehen, wir haben so viele Goldäpfel, brauchen wir gar nicht. Ja, gib mal. Ja, ist klar, Leute. Ich habe doppelt so viele wie ihr, Leute. Komm, weißt du was? Ich gebe dir fünf. Dann habe ich acht. Du hast fünf. Leute, denk wirklich an den Schrank, Leute. Wir werden hier in eine Falle locken. Wir werden die Alpstein jetzt hier in eine Falle locken. Okay. Warte mal, lass erst mal die Falle locken. Warte, warte. Nee, nee, nee. Noch, warte mal. Max, du ekelhaft, war mein... Hä? Nein, 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 nein. Was ist das, was du kommunizierst mit mir? Ah, okay, 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 alles klar. Okay, du machst erst mal, dass wir die... Ah, ich habe schon alles gehört, Leute. Komm doch, ha, ha, ha. Ups. Die sollen... Die schreiben das jetzt extra mit, damit ich... Das ist schon mal gut. Damit ich denke... ...die schreiben in den Chat, dass wir uns irgendwo verabreden zu einem 1v1. Okay? Okay. Er wird safe hundertprozentig dazukommen, weil er absmieten will. Und wenn er dann mit drauf geht, dann gehen wir aber weiter... Oh, 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 oh. Wir müssen aber relativ weit weg vom Wasser sein. Ja, ja. Oh, oh. Was war das? Oh, nein. Oh, nein. Was war das gerade? Bin ich aufgeflogen? Es kann ja nur Alp sein. Oh, oh. Es hier, es hier, es hier, es hier, es hier. Oh, oh, oh. Nein! Der Plan darf nicht kaputt gehen. Der Plan darf nicht kaputt gehen. Ich muss Abstand halten, Leute. Ich habe alles jetzt von eurem Plan geschafft. Die wollen mich anlocken, Leute. Jetzt haue ich erst mal noch ab. Okay, Leute, das nutzen wir gleich aus. Nein, der Creep hatte nicht hochgehen dürfen, Leute. Das hat jetzt alles kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut, Leute. Versuch mal wieder irgendwie in die Nähe zu gehen. Mir walt oder so. Ich bin sicher hinter den Blättern. Die sind mich hier nicht. Nein, nein! Warum bin ich da runtergefallen? Die waren die doch eben noch. Nein, 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 nein. Aber egal, Leute. Ich weiß, was die vorhaben. Die wollen mich auf jeden Fall zu zweit angreifen. Können wir machen, Leute. Ich habe von niemandem mehr Angst. Ich werde mir... Da vorne sind die. Ich werde mir Herzen holen, Leute. Ich werde Herzen holen. Ich meine es ernst. Entweder ich baue heute was oder ich kill jemanden. Da vorne reden die. Da vorne reden die. Die reden in der Gruppe, oder? Die in der Gruppe? Ich glaube, ja, die reden in der Gruppe, Leute. Ich höre die nicht mehr. Plus, ich schreibe Minus Aura. Ich hoffe, das hat jetzt nichts kaputt gemacht. Aber Max ist da vorne alleine. Max ist da vorne alleine. Warte mal. Ist nicht gerade Armin abgehauen? Ich warte, bis der dann nach oben geht, Leute. Und dann habe ich Max alleine. Warte, ich verfolge den jetzt. Ich habe Armin nicht mehr gesehen, Leute. Er geht alleine hoch. Er geht alleine hoch. Das ist unsere Chance, Leute. Das ist unsere Chance. Max ist alleine. Wir holen sein Herz, Leute. Max, wenn dein Mann bist... Was? Wenn dein Mann bist, stelle ich einem 1 gegen 1. Okay, Leute. Jetzt schauspielern die das. Wir wollen so tun, als würden die ein 1 gegen 1 machen. Aber ich habe leider schon alles mitbekommen, Leute. Ich weiß, dass es eine Falle für mich ist. Wo ist Max denn? Wo ist Max denn? Ich habe doch gerade noch gesehen, Leute. Das ist gerade hier irgendwo hochgegangen. Nein, 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 nein. Wo ist der hin? Wo ist der, Leute? Wo ist der? Wo ist der? Nein! Wo geht er hin? Ich hätte genau hingucken müssen. Ich gehe hier schnell hoch. Ich gehe hier schnell hoch, Leute. Vielleicht sehe ich den von oben oder so. Drücken. Kein Auge mehr zu, Leute. Es ist mir egal, wer die Person ist. Selbst wenn es... Okay, Eitel lasse ich in Ruhe. Da vorne. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Davon ist er. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen, Leute. Dass ich hier gesprungen bin. Gott, die ist perfekt, Leute. Wir können ihn direkt angreifen. Da ist sogar noch in der Gruppe mit ihnen, Leute. Das ist so auffällig. Guck mal, die schreiben trotzdem mit dem Chat, obwohl die in der Gruppe sind. Das ist so sass, Leute. Ich komme, Paulberger-Clown. Okay, Leute. Ich könnte eigentlich jetzt schon angreifen, Leute. Das wäre eigentlich jetzt perfekt. Weil ich glaube, gleich kommt Amir. Und jetzt kann ich ihn schon angreifen. Ich muss treffen, ich muss treffen. Aquanix! Aquanix! Alphi! Ey! Aquanix! Bro, was willst du, Alphi? Was willst du? Du bist hier alleine, Bro. Das ist nicht gut. Das ist ein BVP-Projekt. Ich muss jetzt leider wenden für dich. Ich bin hier ganz alleine, Bro. Ich weiß, Bro. Ich weiß, dass gleich Hilfe kommt. Aquanix. Hä? Wie? Was für Hilfe? Was willst du? Oh, gut, Deiner, Perle. Die hast du gut geworfen. Aquanix. Deine Hilfe kommt zu spät. Hier ist kein Wasser in der Nähe. Du kommst hier nicht weg, Aquanix. Bro, ich brauche auch keine Hilfe. Bist du dir sicher? Dich schaffe ich noch alleine, Junge. Bist du dir sicher, Aquanix? Oh, Schild kaputt, bist du das nicht, Aquanix? Dein Schild ist kaputt, Aquanix. Bro, mein Schild ist nicht kaputt. Dein Schild geht sehr gut. Nein, Aquanix. Ich muss jetzt immer in Kämpfen die Schilder brechen, Leute. Das habe ich gelernt. Bei dir jetzt kann ich ganz mit dem Bogen drausschieben. Gute Hits, gute Hits, gute Hits. Hä? Was redet ihr? Aquanix. Ich habe noch keinen Goldäpfel gegessen. Und du? Bro, ich habe mehr als genug Goldäpfel. Bist du sicher? Jawohl, Alfi, lass auf ihn gehen. Hä? Armin, dein Ernst? Wirklich? Egal, Max hat mir ein Herz abgezogen. Hä? Armin, was soll das denn? Hä? Armin, du rassst mich an. Was, witz? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche Goldäpfel, ich brauche Goldäpfel, Leute. Armin, warum zwei gegen eins? Hinterher, hinterher, hinterher. Armin, los! Ich habe genug Rüstung dabei. Pack ihn, pack ihn, pack ihn. Ich habe genug Goldäpfel, genug Rüstung. Und ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Braun, natürlich kriegen wir dich. Ich spiele immer mit Bogen, Leute. Dann kriegen meine Rüstung nicht voll. Okay, Leute, gefällig, gefällig. Leute, das Tech-Champage. Ich muss das PvP-Tech-Champage wieder reinmachen. Komm, let's go, Alfie! Was ist alles? Warum seid ihr so? Das ist ein PvP-Projekt. Warum timt ihr? Der hat Angst, Arne. Und ein Crymex versteckt sich. Guck, siehst du den? Der hat Angst. Der Crymex ist schon weg, Armin. Der hätte ich in den Stich gelassen. Ja. Der hat sich in den Stich gelassen, Armin. Er will dir nicht helfen. Siehst du, wer dich behandelt? Ich crymex, Armin. Guck, wie das... Guck zu... Dicke Hits, Dicke Hits, Dicke Hits, Dicke Hits. Jetzt drauf, 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 drauf. Big Hits, Big Hits, Big Hits. Ah, Mann, Leute. 2 gegen 1 ist gemein. 2 gegen 1 ist gemein. Das war ein guter Einsatz, guter Einsatz. Komm, wir packen uns jetzt, Alfie. Wir schnappen ihn an sein zweites Herz. Wir schnappen ihn an sein zweites Herz. Nicht in dieser Welt. Nicht an diesen Projekts. Ich werde nicht durch ein 2 gegen 1 aufgehen. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr so vergessen. Oh, ist doch egal. Ich habe doch geblockt. Ich treffe die ganz gut mit dem Bogen. Oh, ich treffe die sehr gut. Die komme ich zu mir hoch. Ich habe einen Punch-Bogen. Ich kicke die ganze Zeit wieder runter. Oh, oh. Er muss Gold-Appel nehmen. Dicke Hits, Big Hits. Sehr gut. Ich muss mich auf einen immer fokussieren, eigentlich. Weil alleine kann ich nichts schaffen. Achtung, er kommt. Stark. Schild weg, Schild weg, Schild weg. Schild weg. Mann, Mann. Wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Mann, Mann. Ja, Mann, Mann. Das ist der Arschweil. Ja. Schild, 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 schild. Wo, 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 wo. Hier. Die Zweiten haben sich geändert, Armee. Die Zweiten haben sich geändert. Die Zweiten haben sich geändert, Armee. Oh, Leute. Zwei. Hits ist echt. Macht echt viel Schaden, Leute. Sagt ich ehrlich. Let's go. Stark, 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 stark. Leute, vor allem wegen dem Feuer sehe ich nichts. Ah, sorry. Armee hat vor... Ah, was soll ich denn machen, Leute? Ihr seht, das Zweite ist schwierig. Zwei ist schwierig. Ich muss die einzeln kriegen, Leute. Nein! Mann, ich wollte euch zeigen, wie... Nein, Mann, Leute. Leute. Er hat es irgendwo eingebaut. Er hat es irgendwo eingebaut. Okay, Leute. Ja, ist so eine kleine Angst, Arse. Das ist doch richtig knapp. Wir hatten, glaube ich, einmal low gehabt. Wir hatten einmal low gehabt. Ich warte kurz, ich warte kurz, Leute. Ich spiele jetzt taktisch. Ich muss... So hat es keinen Sinn gerade. So hat es keinen Sinn gerade. Ich muss ein bisschen halten. Bis Max alleine ist... Oh, ich hätte... Alleine, Leute, hätte ich wirklich eine Chance gehabt. Aber zwei gegen eins jetzt hier mit dem Text-Respekt, Leute. Ich bin gerade am Stehen und aufnehmen. Ich muss mich hier eigentlich hinsetzen und alles. Oh, viele Goldaffel habe ich gerade gegessen. Oh, gefühlt die Hälfte von Alina, was mir gedroppt hat. Wo sind die, Leute? Wo sind die? Ich werde die noch kriegen, Leute. Ich gebe nicht auf, Leute. Die Folge ist noch lange nicht vorbei. Die hat gerade erst angefangen. Ich werde mir heute ein Herz holen. Aber zu zweit ist echt gemein, Leute. Da muss ich echt aufpassen. Die machen mir einfach doppelt so viel Scheidengefühl. Guck mal, eine Rüstung. Wie hat die hier gerade gelitten, Leute? Obwohl die Unbreaking hat. Hä? Krass. Okay, die hat krass viel Leben verloren, Leute. Oh, Mann, ey. Ich habe so viele Rüstungen. Ich komme jetzt richtig durcheinander. Ich muss auf jeden Fall gucken, welche ich noch reparieren kann, welche nicht. Wo sind die hin? Für mich ist das noch nicht beendet, Leute. Das ist noch nicht Ende gewesen, Leute. Die sind bestimmt irgendwo in die Richtung hier gegangen. Ich muss wieder aufsuchen, Leute. Ich muss hier aufsuchen. Ich meine es ernst. Wir müssen hier gegen iCrymex kämpfen müssen. Ich habe an mir zu viel Zeit gelassen. Wir können so noch schön iCrymex retten, Leute. Das war schlecht von mir. Das hätte ich anders regeln müssen. Vielleicht sehe ich die gleich alleine. Vielleicht sehe ich die gleich alleine. Es sind gerade nur die beide online sogar. Vielleicht geht gleich an mir offline oder so. Wir haben eh beide wenig Goldäpfel. Ich muss eigentlich draufgehen, Leute. Ich muss jetzt machen. Ihr habt gehört, die haben weniger als 10 Goldäpfel. Wenn ich die alleine habe, sind die am Ende. Wenn ich die alleine habe, sind die am Ende. Ich weiß jetzt leider nicht nur, wo die hin sind. Nein, ich sehe die nicht. Wo sind die hin? Nein, 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 Leute. Ich muss die weiter suchen. Ich muss weiter suchen. Die können nicht weit weg sein. Niemals. Ich gehe von hier oben oder so. Ich muss sie hochbauen, Leute. Zack, zack, zack. Ich habe nicht mal einen Wassereimer dabei, Leute. Wieso habe ich keinen Wassereimer? Ich habe nur einen Lava-Eimer. Die haben mich auch null benutzt, Leute. Das war auch nicht gut. Ah, Leute. Egal. Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch lange nicht auf. Was seid ihr? Gehen wir in die Richtung, Leute. Weil in der Richtung war ja ich. Und da sind die nicht lang gegangen. Er fragt, wo bist du, Leute? Angsthase. Die kommen zu zweit. Was für Angsthase. Die kämpfen zu zweit. Die sind irgendwo hier lang gegangen. Ich laufe jetzt einfach mal lang, Leute. Vielleicht sehe ich die jetzt alleine. Ich will jetzt endlich mal jemanden ein Herz ziehen. Die muss es endlich schaffen. Versuche mal gleich mehr mit Lava zu spielen, Leute. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich muss sie nur finden. Wartet. Wartet ab, bis ihr alleine seid. So verschrieben nicht gut. Hä, warum finde ich die nicht? Die waren doch so nah, Leute. Ich hätte die verfolgen müssen. Ey. Ich hoffe, die gehen jetzt gleich beide nicht offline oder so. Ich bin noch lange nicht fertig, Leute. Sonst brauche ich gleich was. Ich habe es euch versprochen, Leute. Es wird jede Folge irgendwas groß passieren. Irgendwann mache ich heute noch den Kill? Oder ich mache meinen Plan B. Oh, Leute. Ich habe da vorne Armee gesehen. Ich habe Armee gesehen. Am Wasser. Am Wasser. Was möglich? Oh, nein, nein, nein. Ich darf hier nicht wieder runterfallen. Nicht viele Geräusche machen. Ich habe da gerade jemanden am Wasser gesehen. Ich habe da gerade jemanden am Wasser gesehen. Ist er jetzt weggeschwommen? Was heißt? Da vorne. Da vorne. Hey. Armee. Hey. Wo gehst du hin, Armee? Armee. Ich brauche Gold, Affe. Boah, sein Bogen macht gut Schaden, Leute. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Schild. Schild müssen wir brechen. Und Angriff, Angriff, Angriff. Alleine hast du ab, Armee. Ich höre dich nicht, Armee. Holst du gerade Hilfe, Armee? Ja, da kommt die Hilfe. Die Angsthassen. Milch kriegt er nicht, Leute. Wir müssen noch normales Essen reinlegen. Auch wichtig. Die machen echt gut Schaden, Leute. Ich muss mehr mein Schild benutzen. Mehr mein Schild benutzen. Das kriegen die ja nicht gebrochen, Leute. Leute, ich höre euch nicht. Oh, Leute, jetzt ist es knapp. Ich esse zu viele Goldäpfel, Leute. Freunde. Freunde, ich höre euch nicht, Freunde. Armee, warum bist du so sauer, Armee? Max, warum bist du so sauer? Max, 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 ich dräng das immer. Du weißt mich an. Einfach Schild benutzen, Leute. Das vergesse ich immer. Wenn wir die ganzen Bogen hier rumschießen, einfach Schild benutzen. Können wir eh nicht brechen, weil das genau das Gleiche machen die auch. Guck, unter was er ging es nicht. Alti, mein Freund. Bruce. Warte, du bist alleine, seid ihr Feiglinge. Ich warte, bis ihr alleine seid. Ich warte, bis ihr alleine seid, Bruce. Die Broschaft ist vorbei. I cry me. Nein. Die war alles, die war alles. War alles so gefährlich, Leute. War alles richtig gefährlich. Das ist perfekt, um da einen YouTuber nicht schnell zu kriegen. I cry me. Ah, Alti, mein Freund. Jetzt bist du alleine, I cry me. Ah, meine. Das geht. Das geht. Ich kann nur zu zweit. Ja, ist doch egal. Schild benutzen, schild benutzen. Ich kann auch Schild benutzen, Freunde. Der Wahl, der Wahl, der Wahl. Der Wahl, Arm, hier. Pass auf, hier aus dem Wasser. Alles gut, bin da, bin da. Bin da. Bin da. Sehr guter Wahl. Wahl macht die fertig. Die Wale ziehen auch so krass Leben. Muss man echt aufpassen. Einfach, einfach Schild benutzen, Leute. Einfach Schild benutzen. Ey, Schild ist ja voll OP, Leute. Ich benutze das nie in Kämpfen. Ja, Alti, komm doch. Du flügst dich mit der Arme. I cry me. Du flügst dich. Du wolltest die ganze Zeit der Wife killen, du ekelhafter. Du wolltest mich hier... Weil er mich gekillt hat. Was willst du, Arm, er hat mich gekillt? Er hat's verdient. Er hat's verdient. Du wolltest mich hier gerade abfangen. Selbst Schuld, Junge. Oh, mein Schild, mein Sch... Oh, ähm... Ist mein Schild gerade kaputtgegangen? Sein Schild, sein Schild! Ja, aber ich kann mich jetzt... Wackpack. Ah, ist euch hier Wackpack? Was ist das? Natur, Wackpack. Ne? Oh. Sein Schild ist broke. Sein Schild, er haut ab, er haut ab. Leute, Leute, Leute. Oh, oh. Am mir drei, zack, am mir drei, zack. Ganz, ganz wichtig, sein Schild ist weg. Ja, ja. Leute, Leute, ich muss bis hin. Ihr seid zu zweit und ich hab kein Schild. Äh, äh, er misst schon ein bisschen... Oh, oh, hab ich einen Hit, Leute? Ich kann nicht aufhören gehen. Leute! Ich muss den Berg hoch, ich muss den Berg hoch. Weil da kann ich hier mit meinem Bogen die ganze Zeit runterschubsen. Da kommen die nicht hinterher, da kommen die nicht hinterher. Ihr Schuhe an, so. Er kann keine Pfeile mehr blocken. Ich kann keine Pfeile blocken, das stimmt. Und ich hab keinen Wassereimer. Aber wenn die hochkommen, Leute, würde ich die so krass runterschubsen, Leute. Ich muss auf Highground gehen. Das ist eigentlich besser. Ich könnte offline gehen jetzt. Aber mach ich nicht, mach ich nicht, Leute. Ich stelle mich. Ich muss halt taktisch ein bisschen spielen. Das ist ein taktischer Spielen. So, kurz hier ganz hoch und dann die ganze Zeit runterschubsen. Ich glaub, das wird OP, Leute. Ich lock die hier ganz nach oben. Wenn die so viel Fallschaden kriegen, Leute, dann hab ich die locker. Dann hab ich die. Die unterschätzen, wo die grad hingehen, Leute. Die haben gar keine Ahnung, was gleich mit denen passiert. Das Arme, Leute. Und runter mit dem. Runter mit dem. Runter mit dem. Ja, Highground unterschätzt. Er schießt ein Bogen auf mich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Highground unterschätzt. Hit? Nein. Er ist bei mir, hier. Ja, ja, ja. Ich bin grad fokussiert auf Amir. Hit. Double hit. Nein, 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 er ist low, er ist low. Nein. Er hat Goldäppel snacken. Ey, die haben Wasser platziert zum Schutz. Nein, Leute, das ist auch schlau von denen. Ah, Zombie. Okay, Leute, die hier grad rumlaufen, ist nicht gut. Er ist low, er ist low, er ist low. Wir haben jetzt Highground. Er ist low. Er ist low. Er ist low. Er ist low. Komm, lass ihn herzeln, lass ihn herzeln, lass ihn herzeln. Ja. Ich krieg mich niemals. Ich hab vier Rüstungen dabei, Leute. Ich hab vier Rüstungen. Ja, bro, das sind Loop-Rüstungen. Leider nicht, bro. Nein, Leute, mein Highground ist weg. Mein Highground ist weg. Von oben hätt ich ne gute Chance gehabt. Aber nein, dem Dreck noch Wasser platziert. Und mein Crymax ist gekommen. Ich muss versuchen, vielleicht wieder hochzukommen. Okay, ich hab die wegbekommen vom Berg. Jetzt wieder da hochgehen, Leute. Ich glaub, Armin war grad richtig low, Leute. Die haben wenig Goldäpfel. Vielleicht schaff ich das. Vielleicht schaff ich das. Aber ist er da nicht auch nur auf ein Herz, Leute? Aber wenn die mich so angreifen, Leute, dann kann ich nix dafür, Leute. Die gehen grad auch ernst auf mich. Hätten die mich gekillt, dann bin ich auch down. Das ist ein PvP-Projekt. Ich werd die holen, Leute. Ich lauf hier ein bisschen rum. Armin ist wieder alleine. Jetzt schießt er runter. Nein, jetzt bin ich wieder im Kampf, Leute. Wow, wow, wow. Was ist kaputt gegangen? Mein Helm, mein Helm. Oh mein Gott. Boah, das war grad richtig gefährlich, Leute. Mein Helm ist einfach kaputt gegangen. Nein. Ich hab grad nen Helm verloren. Nein. Aber egal, Leute. Die Rüstung hab ich eh schnell gemacht. Ich hab so viele Enderpellen. Ich benutze meine Enderpellen, Leute. Ich hab so viele gefarmt. Einfach schnell gehen zur Seite ein bisschen. Boah, jetzt bin ich ganz oben, Leute. Jetzt bin ich ganz oben. Vielleicht kommt Armin gleich wieder alleine. Ich muss ein bisschen auf die Map gehen. Ich muss ein bisschen auf die Map gehen. Er ist hier. Ich hab kein Schild, Leute. Ich hab kein Schild mehr. Ach, Mann, ey. Er ist da hinter. Er ist da hinter, Max. Er ist hier runter. Oh, Leute. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ah, Mann, ey, Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Stark, stark, stark. Wir haben beide Schild. Das ist so gefährlich grad für mich. Ach, Mann, ey. Ich bin eins gegen eins. Ich muss versuchen, so taktisch zu spielen. Was soll ich denn machen? Leute, meine Rüstung geht doch hier übel kaputt. Ich muss. Das wird nicht umsonst bleiben, Leute. Das wird nicht umsonst bleiben. Jetzt ist Max alleine. Jetzt ist Max alleine. Und ich hab High Ground. Macht auch bald hinter. Hier sind ganz viele Villagers. Oh Gott, sehr gut. Er hat alle auf sich. Er hat alle auf sich. Ah, Mann, ey. Bogen macht echt viel Schaden, Leute. Bogen macht echt viel Schaden, Leute. Nein. Erst mal in die Richtung. Erst mal in die Richtung. Alle Pledger gehen auch noch auf mich, glaub ich. Leute, das ist echt ein schwieriges Thema. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ehrlich? Ich könnte mich ausloggen, aber ich lock mich nicht aus, Leute. Ich laufe noch ein bisschen weiter rum. Ich laufe noch ein bisschen weiter rum. Irgendwann machen die Fehler, Leute. Ich muss ein bisschen Zeit einfach gewinnen. Irgendwann werden die irgendwas vergessen. Ich könnte ein neues Schild craften. Ich könnte ein neues Schild craften, Leute. Ich bin kurz davor ne Holz. Ich crafte einfach ein neues Schild, hä? Ich bin gerade etwas entfernt von mir, Leute. Oder ich glaube, ich habe sogar ne Holz in meinem Winter. Ich muss nur kurz ein bisschen Platz machen. Ich brauche kurz ein paar Sachen, Leute, die nicht so wichtig sind. Dann crafte ich mir gleich ein Schild. Ich muss auf jeden Fall auf einem Berg kämpfen, Leute. Das habe ich gemerkt mit meinem Bogen. Mein Bogen macht so viel Rückstoß. Ich hol jetzt erst mal einfach die ganze Zeit ab. Und dann crafte ich gleich das Schild. Amir ist ganz nah hinter mir. Wow, 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 wow. Amir. Ich muss da wegmachen, ich muss da wegmachen. Aquamix. Wo ist Aquamix? Der ist weg. Nein, Max ist weg. Das ist sehr schade für dich. Aquamix, Aquamix. Okay, Amir geht jetzt alleine auf mich. Okay, er gibt nicht auf. Amir gibt nicht auf. Okay, Leute, ich gucke jetzt so lange. So lange ich hier... Oh, ich glaube, das ist okay, Leute. Bin ich unter Wasser. Jetzt kann ich schön craften. Zack, zack. Wir brauchen noch mehr Holz. Ich stelle mir das zusammen, Leute. Ich stelle mir das zusammen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Ich mache direkt zwei Schilder. Eins reicht auf gar keinen Fall. So, zwei Schilder. Zack, zack. Boom. Wir haben zwei Schilder gecraftet. Geweckbank brauchen wir eh nicht mehr. So, wir können weitermachen. Wir können weitermachen. Wir haben noch ein Schild gecraftet. Meine Kumpels. Meine Kumpels. Meine besten... Ja, jetzt wieder ein Schild gemacht. Ah, ja. Meine Kumpels. Meine... Meine... Meine Brills. Aquamix. Aquamix. Der bugt. Der bugt. Wie ich bugge. Wie ich bugge. Ihr drückt mal F5. Bei mir nicht. Okay. Okay, und jetzt, Leute. Einfach zum Berglocken. Schild weg. Einfach zum Berglocken. Ich muss einfach zum Berglaufen. Einfach da nach oben. Und dann habe ich die. 100 Prozent. Ich habe nur noch acht Goldäpfel. Wenn die Goldäpfel weg sind, dann muss ich die leider abhauen, Leute. Ich habe alles versucht. Aber ich glaube, da oben mache ich gleich krassen Angriff. Da oben mache ich gleich krassen Angriff. Oder die geben jetzt auf und hauen ab. Geben die auf. Die geben auf, Leute. Die geben auf. Die wollen nicht mehr. Kommt schon, Leute. Kommt. Ich muss sie zum Berg nach oben kriegen. Ich muss sie zum Berg nach oben kriegen. Leute, was soll ich denn sonst machen? Das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich brauche die auf einem Berg. Auf einem Berg. Ich glaube, Amir war richtig low eben. Ich glaube, er war richtig low. Das werde ich mal gucken in seinem Video. Ich muss... Leute, ich bin alleine. Ich muss dann die Map nutzen, wenn ich alleine bin. Die laufen weg. Die laufen weg. Die haben noch nicht viele Goldäpfel. Hehehe. Bruce. Ich werde euch nicht in Ruhe lassen. Ich werde euch nicht in Ruhe lassen. Amir. Max wird nicht wegkommen. Ich muss Max verfolgen. Ich muss Max verfolgen. Ich glaube, Amir hat Max verloren. Oder? Nee, ich glaube... Hehehe. Hehehe. Warum geht der so schnell? Und jetzt hinter mir. Ach, der hat seinen Dreizack. Natürlich OP. Hey, ich muss warten, bis wir alleine sind. Oh, was will er denn? Hehehe. Aquamix. Aquamix. Ja, gut, okay. Dann kämpfen wir halt weiter. Hehehe. Muss ich auf einmal fokussieren, Leute. Das ist wichtig. Ah, Mane! Hehehe. Nicht so spenden wie er. Ja, dann trifft man nicht schwieriger. Hehehe. Blut, blut, eben als ich. An, an, kümmer, nö. An, 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 nö. Triple hit, triple hit. Vier, vierfach hit. Boah. Das war gefährlich, Leute. Das war sehr gefährlich. Amir sind sie mehr. Okay, ich muss Gold dafür essen. Nein. Es ist zu schwierig. Es ist zu schwierig, Leute. Ich war nicht so vorbereitet. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ich habe wirklich versucht, es irgendwie zu schaffen. Jetzt sind die Hau wieder ab. Die Klasse nehme ich bestimmt in Ruhe. Die dürfen nicht offline gehen. Ich muss irgendjemanden einzeln bekommen. Wenn ich die alleine habe, dann ist es vielleicht vorbei für die. Magst du es offline? Nein. Aber Amir ist noch da. Wo ist Amir? Amir alleine kann ich schaffen. Wo ist Amir? Wo ist Amir? Wo ist Amir? Wo ist Amir? Und noch hier? Nein. Nein. Okay, Leute. Ist okay. Ich hatte die komplett gesucht, aber nicht mehr gefunden. Die sind auch nicht mehr online gekommen, Leute. Das war's. Aber das stört nicht, Leute. Kein Problem. Denn jetzt, Leute, habe ich genug Zeit, um was zu bauen. Aber jetzt kann mich hier keiner ablenken. Und zwar habe ich vor, eine neue Zentrale zu bauen. Aber eine öffentliche, Leute. Das hier hat schon jeder gesehen. Das ist nichts Besonderes mehr. Und wir werden das gar nicht so weit weg bauen, Leute. Ich will das direkt hier in der Nähe haben. Dann müssen wir hier ganz schnell vor Ort sind. Weil hier sind irgendwie immer alle Spieler ganz schnell. Und es ist auch wichtig für mich, Leute. Vielleicht darf ich das, wenn die selbst das angreifen, was ich bauen werde. Kein Problem, Leute. Ihr werdet sehen, wie wir das nämlich bauen, Leute. Ich glaube, der Ort ist hier perfekt dafür, Leute. Fragt ihr euch wahrscheinlich, werde ich einfach hier was drauf bauen? Nein, Leute. Wir brauchen ganz viele Blöcke, mit denen wir uns hochbauen können. Okay, ich habe jetzt nicht viele Blöcke dabei, Leute. Schade. Warte, da war doch eine Erdkiste oder nicht irgendwo. Warte mal. Ich finde die. Die Kissen wurde nicht gesprengt. Ja, die Kissen sind nachher sehr gut. Wow, Leute. Perfekt. Wenn die wissen, was ich hier mit alles bauen kann, Leute. Das war ein Fehler hier, das alles liegen zu lassen, Leute. Sag ich ehrlich. Und ich muss gleich auf jeden Fall meine Rüstung wieder reparieren, Leute. Ich habe schon gesehen. Ich habe wieder was ausgetauscht und so. Das ist gar nicht gut. Was werde ich machen, Leute? Ich habe genug Dias. Das ist gar kein Problem. Ich muss wissen, Leute. Sonst kann niemand mehr so einfach aufhalten. Ich muss auf jeden Fall das, was ich bauen will, weg vom Wasser sein. Ganz weit weg vom Wasser, Leute. Ich will überhaupt gar keine Nähe hier haben. Sonst können wir die Leute mal abbauen. Das gefällt mir gar nicht. Und deswegen muss ich vielleicht eher sogar hier irgendwo hin. Ich bin einfach direkt hier hinter, Leute. So. Dann können wir ja schon mal anfangen. Ich zeige euch nur schon mal als Tipp, wie das so aussehen könnte. Ihr wisst ja, in der Vergangenheit habe ich ein Alphatum gebaut. Aber was will ich jetzt nicht einfach nochmal machen? Es gab Alphacity mit ganz vielen hohen Gebäuden. Das war auch ganz cool, aber wurde schnell gesprengt. Deswegen habe ich jetzt eine bessere Lösung, Leute. Wie ich nicht mehr besiegt werden kann. Dafür müssen wir uns hier erstmal richtig hochbauen, Leute. Wie hoch kann man sich eigentlich in dieser Version bauen, Leute? Ich muss mal kurz gucken. Der Berge ist schon relativ hoch, Leute. Ich will, dass man hier richtig viele Blöcke nach oben gehen muss, damit man hier überhaupt hochkommt. Dann schauen wir mal, Leute. Okay, Leute, man kann sich auf jeden Fall richtig hochbauen. Ich habe vergessen viele Blöcke in der Version. Aber ich glaube, das sollte hier für das, was ich vorhabe. Ich muss trotzdem einmal den höchsten Punkt finden, den es gibt. Ich habe überhaupt genug dafür Blöcke dabei. Ich gucke noch. Wie hoch kann man sich bauen? Hä? Okay, Leute, das reicht auf jeden Fall. Aber hier, Leute, hier wird was Neues entstehen auf dieser Höhe. Aber dafür würden wir sehr viel... Ich gebe euch nur einen Tipp. Lava-Eimer und Wasser-Eimer brauchen. Ich würde sagen, heute ist schon zu viel passiert hier mit den Kaffee und alles. Deswegen werden wir anfangen, das morgen zu bauen. Ich hoffe, mich würde hier keiner stören. Aber hier muss das hin, Leute. Das wird alles fallen in das ganze Projekt. Wenn die YouTuber wissen, was die erwartet, Leute. Irgendwie komme ich jetzt runter. Ich habe ein Problem, Leute. Kann ich das hier einfach runterwerfen? Oh, oh, oh. Leute, ich traue mich gar nicht hier runter. Ich bin hier sicher runter, Leute. Oh, das sieht sehr gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Leute, bitte. Leute, ich dachte, das geht schief. Ich dachte, das geht schief oder so. Aber das ist ja richtig hoch. Oh. Sehr gut, Leute. Ich hätte vielleicht gedacht, wir mal im Wasser was bauen. Aber wenn man da runterfliegt, ist man halt im Wasser. Der Müll ist weit weg. Man kann direkt flüchten und alles. Deswegen muss das hier irgendwo hin. Und ich glaube, wir wollen das hier hin. Aber wie und was? Das seht ihr morgen, was ich hier bauen werde. Oder ein paar Blöcke weiter. Ich muss auch noch einmal hier analysieren, Leute. Wo es am besten ist. Vielleicht mache ich ein paar Blöcke weiter nochmal. Aber es war öfter. Lasst einen Leaktor. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu blinden Kanal. Wenn ihr es von meinen Kanal zu verpassen, schreibt den anderen vorbei. Dann würde ich sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.